Musik Hi, ich bin Quentin Lupp, bin 13 Jahre alt, komme aus Hildberg und gehe zur MPS-Dorf-Wettbewerbsschule. Ich bin die Kuntz und ich bin 14 Jahre alt, komme aus Monshaus und gehe zur MPS-Dorf. Zusammen bewerben wir uns für das Insta-Praktika bei LKB. Und so habe ich ihn zusammen mit Freunden treffen und dann zusammen Downhill und Freeride fahren. Durch das VBO in der Berufsschule Bienkopf habe ich durch Herr Schmidt schon erste Eindrücke in diesem Beruf sammeln dürfen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde gerne mehr fahren. Durch Freunden sind wir nicht darauf aufmerksam geworden und interessieren mich sehr für dieses Thema. Auch mein Cousin, der bei LKB arbeitet, hat Positives erzählt. Wir sind lehrmählich, wir sind teamfähig und hätten beide viel Spaß bei dem Beruf. Deswegen würden wir uns freuen, wenn wir zusammen das Insta-Praktika bei LKB machen dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.